...sicherheitspolitischen Erregungen und so wird es auch weiter. Also wie Sie wissen, die Bundeskanzlerin schätzt Mesut Özil sehr. Mesut Özil ist ein toller Fußballspieler, der viel für die Fußballnationalmannschaft geleistet hat, der viel für die Fußballnationalmannschaft geleistet hat. Mesut Özil hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die zu respektieren ist. Deutschland ist ein weltoffenes Land und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine Schlüsselaufgabe der Bundesregierung. Herr Spieler, Mesut Özil, würden Sie sagen, dass sein Rücktritt... Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Und ansonsten liegt die Wahrheit auf dem Platz, dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind, hat wenig damit zu tun, dass Herr Özil sich mit Herrn Erdogan hat fotografieren lassen. Und ich glaube, alle Beteiligten in der Causa sollten einmal in sich gehen. Ich sehe wenige, die nach meiner Wahrnehmung sich dort einigermaßen richtig verhalten haben. Wenn wir in Sicherheit sind, wir haben als Erstretter seine Ärmelkanals und deshalb ist es gut, wenn im Moment...